Ja, Ringana frische Partner, wie sieht das Thema Eigenbedarf aus, welche Vorteile hat man, welche Voraussetzungen braucht man, ja und wie viel Rabatt bekommt man, das möchte ich dir sagen in diesem Video, schöner Satis, hallo, ich bin der Willi. Im siebten Monat war mein Umsatz im Network Marketing schon 210.000 Euro, ohne meine Freunde anzuquatschen und ohne Partys zu machen, unten findest du meinen Gratiskurs, 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ringana frische Partner, Eigenbedarf, so wie bei allen Network Marketing Firmen gibt es diese Möglichkeit und zuerst einmal Punkt 1, was ist die Basis? Die Basis dafür ist natürlich, dass du Ringana frische Partner bist, das heißt, wenn du Ringana frische Partner bist, haben wir dort als Basis für die Vergütung den sogenannten Marketingplan oder wie er bei Ringana heißt, der Zielplan. Lass uns gleich zu Punkt 2 kommen und zwar, wie rechnet sich jetzt dein Rabatt, deine Provision für den Eigenbedarf, das heißt, ohne dass du jetzt andere Menschen ins Geschäft bringst. Es gibt dort den sogenannten KU, also Punktwert, es gibt hier Punktwerte wie bei allen Network Marketing Firmen und die Punkttabelle, da gibt es eine Punkttabelle dann, wo jedes Produkt einen gewissen Punktewert hat. Man kann es ähnlich vergleichen, ähnlich wie mit Euros, bisschen auf oder ab. Das heißt, es gibt hier einen Kundenumsatz, den bezeichnet Ringana als KU. Das ist die Summe aller in einem Abrechnungsmonat bezahlten Punkte der Bestellungen deiner Kunden und des Eigenbedarfs, egal in welcher Ebene. Das Besondere daran ist, dass diese KU-Provision, also das ist dann dieser Eigenbedarf, wenn du jetzt nur für dich das machst, diese KU-Provision wird auch ausbezahlt, wenn ein zufriedener Kunde wieder einen zufriedenen Kunden bringt, aber jetzt geht es hier um den Eigenbedarf. Was wir brauchen als Basis, wenn wir hier schauen in den Zielplan, und zwar, wir haben als erste Basis, so will ich ja. Ziel 1, also es gibt hier verschiedene Zielstufen, und demnach ist dann auch diese Provision, die du dann eben als Eigenbedarf bezeichnest, drinnen. Das heißt, wir haben in Ziel 1 eine KU-Provision, also ein Eigenbedarf von 19%. Das heißt, wenn du in diese Ziel 1 Stufe kommst, hast du 19% Rabatt. Wie kommt man in diese Ziel 1 Stufe? Ich schaue nochmal, indem man einen KU-Wert von mindestens 110 hat. Man kann das ungefähr mit Euros vergleichen, das heißt, deine eigenen Bestellungen, wenn die so hoch sind, dann hast du eben 19% Provision. In der nächsten Stufe wären es dann 29% in Ziel Nummer 2. Da braucht man einen KU-Wert von 220. Ja, wenn du jetzt wissen möchtest, wie kannst du viele, viele Kunden generieren, wie habe ich das genau gemacht, 110 Partner in 30 Tagen generiert, ja, unten findest du meinen Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen, genau so heißt er, schön, dass du da bist, rock it, bye bye, ciao.